Ja hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Mein Name ist Marc und heute wollen wir uns mal anschauen wie man mit einem Raspberry Pi eine Infrarotkamera zur Vorgebuchtung baut. Was wir dafür alles brauchen und wie wir vorgehen, das zeige ich euch heute in diesem Video. Nachdem wir letzten Monat in einem Workshop zusammen artgerechte Nistkästen für Sinkfühe gebaut haben, wollen wir uns heute mal eine Möglichkeit anschauen die Vögel zu beachten ohne diese beim Brüten zu stören. Alles was wir dafür benötigen ist ein Raspberry Pi Zero, eine MicroSD-Karte, ein Kameramodul und zwei LEDs mit Infrarotfilter sowie die mitgelieferten Kühlkörper und Schrauben für die LED-Module. Außerdem benötigen wir natürlich ein Flachbandkabel um Kamera und Pi zu verbinden, ein passendes Netzteil für die Stromversorgung und einen kleinen Schraubenzieher für die Montage. Zunächst werden die LED-Module wie hier zu sehen mit der Platine des Kameramoduls verschraubt. Das kann etwas fummelig sein, da die Schrauben doch sehr klein sind. Wir wiederholen das Ganze mit der anderen Seite. Im Anschluss kleben wir die beiliegenden Kühlkörper auf die Rückseite der LED-Module und entfernen die Abdeckung von der Kamera. Kommen wir nun zum softwareseitigen Teil unseres Projekts. Dafür legen wir als erstes unsere MicroSD-Karte in ein entsprechendes Laufwerk ein. Bevor wir allerdings mit der Programmierung unseres Raspberry Parts beginnen können, müssen wir zunächst auf unserer MicroSD-Karte ein bootbares Betriebssystem aufspielen. Da entscheiden wir uns jetzt hier für Raspberry Pi OS und das machen wir ganz einfach mit dem offiziellen Tool, dem Raspberry Pi Imager. Das könnt ihr ganz einfach hier auf der Webseite runterladen. Den Link werde ich euch aber auch nochmal unten in die Videobeschreibung packen. Nachdem wir das Programm inszeniert haben, öffnen wir dieses. Dann kommen wir hier auf diese Seite. Dort wählen wir zunächst ein Betriebssystem aus. Da wählen wir einfach dieses hier. Und jetzt müssen wir noch ein paar kleine Einstellungen vornehmen. Und zwar öffnen wir hier diese Seite und dann ist es ganz wichtig, dass ihr hier den Checkmark bei SSH aktiviert. Einfach weil wir das heute über einen SSH-Client machen wollen. Dann legen wir noch einen Benutzernamen und ein Passwort fest. Der Einfachheit halber entscheiden wir uns jetzt einmal für den Standard, also Pi und Raspberry. Dann klickt ihr hier auf WiFi einrichten und jetzt richten wir euer Drahtlos-Netzwerk ein. Dann gebt ihr hier die SSID bzw. euren Netzwerknamen ein und hier unten euer Passwort. Das macht ihr dann einfach konkret mit den Daten, die ihr bei euch habt. Hier unten ist dann noch wichtig, dass wir das Land auswählen, in dem sich das WLAN befindet. Dort wählen wir Deutschland aus. Und am Ende stellen wir noch die Sprache ein. Da stellen wir wiederum auch Deutschland ein. Ja, am Ende sollte das dann bei euch so aussehen. Ich scroll nochmal durch, dass ihr das nochmal abgleichen könnt. Wie gesagt, hier gebt ihr dann eure Daten für das WLAN ein. Ja, nachdem wir das alles eingestellt haben, drückt ihr dann am Ende hier auf Speichern. Dann wählen wir unsere SD-Karte aus. Sie gilt da sicher, dass es auch wirklich die richtige SD-Karte ist, denn diese wird anschließend formatiert und etwaige Daten, die sich darauf befinden, sind dann verloren. Nachdem wir das ausgewählt haben, drücken wir dann hier auf Schreiben. Dann fragt ihr uns nochmal, ob wir uns wirklich dessen bewusst sind, dass alle Daten dort gelöscht werden. Drücken wir hier auf Ja und jetzt wird unser Image auf unseren Datenträger geschrieben. Ja, am Ende wird das dann nochmal quittiert mit dieser Nachricht. Da drücken wir einfach auf Weiter. Und nun können wir die SD-Karte aus unserem Laufwerk entnehmen. Nun setzen wir die SD-Karte, auf die wir gerade unser Image geschrieben haben, in unseren Raspberry Pi ein. Verbinden das Flachbandkabel mit der Kamera und dem Raspberry Pi. Und verbinden anschließend das Netzteil mit dem Raspberry Pi und stecken dieses ein. Wenn alles funktioniert, sehen wir, dass nach Einstecken des Netzteils die Status LED des Raspberry Pis blinkt und diese von der SD-Karte aus bootet. Da wir unseren Raspberry Pi wie bereits erwähnt über einen SSH-Client programmieren wollen, müssen wir den zunächst runterladen. Wir verwenden hier Putty. Das könnt ihr einfach runterladen über diese Webseite. Das packe ich euch aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Da geht ihr hier einfach auf den Windows Installer, installiert das Programm dann anschließend und öffnet dieses. Nachdem wir Putty geöffnet haben, öffnet sich für uns dieses Fenster. Hier sehen wir jetzt Hostname in Klammern or IP-Adress. Die IP-Adresse unseres Raspberry Pis finden wir in den Einstellungen unseres Routers unter dem Punkt verbundene Geräte. In meinem konkreten Fall habe ich jetzt einen Router von der Telekom und dort geht das ganz einfach über den Webbrowser. Was wir jetzt machen, ist wie gesagt auf den Punkt verbundene Geräte gehen und dann finden wir hier unseren Raspberry Pi. Wir kopieren uns hier die IP-Adresse, gehen zurück in Putty und fügen die dort ein und drücken auf Open. Hier drücken wir auf Accept. Wir müssen uns jetzt einloggen mit dem Passwort, was wir vorhin festgelegt haben. Dort geben wir einen Benutzernamen Pi, bestätigen das Ganze mit Enter. Nun geben wir das Passwort ein. Das haben wir vorhin als Raspberry festgelegt. Die Eingaben sind hierbei nicht sichtbar. Die Tasteneinschläge werden aber trotzdem registriert. Nachdem wir das Passwort eingegeben haben, drücken wir wiederum auf Enter. Im nächsten Schritt ziehen wir uns ein paar Updates. Das machen wir ganz einfach, indem wir folgende drei Befehle eingeben. Als erstes sodo apt-get update. Ich werde euch ja auch noch mal unten einblenden, was genau ihr mal eintippen müsst. Die Befehle bestätigen wir dann nochmal mit der Enter-Taste. Der zweite Befehl lautet dann sudo apt-get dist-upgrade. Das bestätigen wir dann auch wieder mit der Enter-Taste. Wenn das bei euch etwas länger dauert, ist das ganz normal. Ich habe die Aufnahme hier deutlich beschleunigt. Unser dritter Befehl für die Updates lautet dann sudo rpi-update. Nach einer kurzen Wartezeit werden wir dann gefragt, ob wir fortfahren wollen. Da drücken wir dann einfach einmal die Y-Taste, um zu bestätigen. Nachdem der Update-Prozess jetzt abgeschlossen ist, starten wir unseren Raspberry Pi neu. Das machen wir mit dem Befehl sudo shutdown-rnow. Das bestätigen wir mit Enter. Anschließend bricht die Verbindung zu unserem SSH-Client ab. Deswegen schließen wir diesen. Nach einer kurzen Wartezeit von etwa ein bis zwei Minuten starten wir unseren SSH-Client erneut. Fügen hier wieder unsere IP-Adresse ein. Und melden uns wie gehabt mit unseren Anmeldedaten an. Nun können wir die Kamera für unseren Raspberry Pi einrichten. Dafür müssen wir diese zunächst erst einmal aktivieren. Wir machen das indem wir den Befehl sudo raspi-config angeben und wieder mit Enter quittieren. Wir gelangen nun in dieses Menü und wählen hier unter Punkt 3 Interface Options aus. Im Untermenü, das sich dann öffnet, wählen wir den ersten Punkt Legacy Camera Enable Disable Legacy Camera Support aus. Und bestätigen das Ganze mit Yes. Quittieren mit OK. Und anschließend wählen wir noch einmal Punkt 8. Mit der File-Taste nach rechts kommen wir auf Finish und bestätigen wiederum mit Enter. Um die Funktion unserer Kamera zu überprüfen versuchen wir mit dem Befehl raspi-still-v-o-test.jpg ein Testbild zu erstellen. Sollte bei euch, ähnlich wie bei mir hier, ein Fehler auftreten, starten wir den raspi-par einfach neu. Das machen wir wieder mit dem Befehl sudo shutdown-r now. Wir starten unseren SSH-Client wie gehabt neu. Und versuchen erneut ein Testbild zu erstellen. Wenn alles funktioniert, sollte das bei euch so aussehen. Anschließend beginnen wir damit die Software zu installieren, die wir später für die Übertragung unseres Live-Builds brauchen. Wir beginnen dabei mit dem Befehl sudo apt-get install git. Als nächstes gebt ihr diesen Befehl an. Wir fahren fort mit dem Befehl cdrpi-cam-web-interface. Anschließend sollte sich dieses Fenster öffnen. Wir achten darauf, dass bei autostart jetzt steht. Und geben danach hier lite tpd an. Wir bestätigen mit ok. Abschließend werden wir gefragt, ob wir jetzt starten wollen. Wir kritisieren mit yes. Nachdem wir das alles erledigt haben, gehen wir nochmal in die Einstellung unseres Routers. Suchen uns hier wieder die IP-Adresse unseres Raspberry Pis raus. Öffnen einen neuen Tab. Kopieren dort einfach die IP-Adresse rein. Und jetzt sehen wir hier schon das Live-Bild. Wenn ich jetzt hier mal winke, dann sehen wir das ist wirklich live. Was uns jetzt noch bleibt ist der Einbau des Raspberry und der Kamera in das Vogelhaus selbst. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Dafür habe ich mir einfach eine solche Halterung in Fusion 360 konstruiert. Auf dieser werden dann der Raspberry Pi und die Kamera befestigt. Anschließend habe ich diese dann auf einem unserer 3D Drucker gefertigt. Für die Befestigung des Pis auf der Halterung setzen wir jetzt noch solche Gewinde ein, in die wir dann M2 Schrauben einschrauben. Für die Stromversorgung bauen wir doch ein Loch in die Außenwand des Kastens und dichten diese nach Durchführen des Kabels wieder ab. Nachdem wir in Raspberry Pi und die Kamera auf der Halterung befestigt haben, können wir diese im Vogelhaus montieren. Um nun auf das Live-Bild unserer Kamera zugreifen zu können, stecken wir einfach das Netzteil des Pis ein, warten eine kleine Weile bis dieser gebootet und sich mit dem Netzwerk verbunden hat und geben dann wieder die IP-Adresse in die Adresszeile unseres Webbrowsers ein. Wir gelangen dann wieder auf diese Seite und sehen jetzt nicht nur das aktuelle Live-Bild, sondern haben auch die Möglichkeit Bilder aufzunehmen, Videos aufzunehmen oder automatisch Videos aufzunehmen, wenn Bewegungen erkannt werden. Ja, vielen Dank fürs Zusehen! Ich hoffe, dass euch diese kleine Anleitung gefallen hat. Falls ja, würden wir uns über einen Daumen nach oben oder ein Abo freuen. Drückt doch gerne die Glocke, um keins unserer Videos mehr zu verpassen. Falls ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder kommt beim OpenLab Day vorbei, immer mittwochs von 9 bis 19 Uhr. Bis dahin, tschüss!